Das ist so einer gefuckt, der Freak. Sein Vetter, der Sichelschwanzparadiesvogel, bevorzugt die unteren Äste im Gebüsch. Schwanzparadiesvogel. Hier gilt die ganze Aufregung. Noch wird sie etwas gelangelt. Die Sonne gefühlt. Kräftige Lungen hat er ja. Aber ob das reicht, um sie zu retten? Mit Rösten voller Eis. Boah! Explosion. Die Weibchen sehen zwar unscheinbar aus, doch sie sind äußerst anspruchsvoll. Immerhin, er hat ihr Interesse geweckt. Optimal, das ist der Scherber. Ja, ich höre eigentlich, aber ich war nicht da. Jo, warten. Jo, warten. Jo, warten. Jo, warten. Das ist der Scherber. Jo, automatic. Jo, trauen. Jo, warten. Jo, nicht. Jo, nicht. Tall. Hey, ähm, so, was war'm, heute ist ja ein wundervoller Tag. Na klar, das mal auch gewornt, als letzter guter Nuss. Und mein Hemd da auch. 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 Ich will schönen. Ich will keine Kronecahy adaptationern. Ja, das darfst du dir oder soll ich direkt aufnehmen? Ja, ich nehme halt direkt auf. Komm hierher. Ja, da kommt nix, ne? Da kommt nix. Ne, da kommt nix. Kann ich bestätigen. So, jetzt machst du mal weiter hier, ne? Kann einer die Tür zumachen? Yes. Ja, die hat die ganze Zeit offen, aber... ...dankeschön. Mal. ... 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